Viele vermeintlich gute Regenwassernutzungsanlagen haben einen Haken. Kompliziert zu warten, umständliche Wasserentnahme oder im schlimmsten Fall versteckte Kosten beim Einbau. Nicht bei Revatec. So einzigartig wie Ihr Garten sind unsere Innovationen. Und die gibt es nur von Revatec. Achten Sie beim Kauf einer begehbaren Regenwasseranlage für die Gartenbewässerung auf eine Wasserentnahme direkt am Tank. Das hat den enormen Vorteil, dass keine zusätzlichen Rohr- und Schlauchverlegungen mehr nötig sind. Das spart Material und Arbeitszeit. Außerdem befindet sich kein weiterer störender Deckel oder Zinkhahn im Garten. Die neue Tankabdeckung Twin Cover von Revatec erfüllt alle Anforderungen und noch mehr. Twin Cover ist problemlos bis 150 Kilo belastbar und der einzige Tankdeckel mit einem Ruckzuck-Sicherheitsverschluss aus Edelstahl. Das garantiert jahrzehntelange Funktionssicherheit. Ein weiteres Qualitätsmerkmal bei Revatec sind die hochwertigen und optisch ansprechenden Anschlussarmaturen aus Messing. Abnutzungsfrei und auch nach vielen Jahren noch dicht und funktionssicher. Durch den unkomplizierten Ein- und Ausbau ist auch eine problemlose Wartung garantiert. Diesen Vorteil bietet nur Revatec. Achten Sie auf versteckte Wartungsprobleme. Mit einer Regenwassernutzungsanlage von Revatec brauchen Sie nie wieder eine Gießkanne unter einen Hahn halten. Die Gießkanne EasyFill mit Füllautomatik einfach aufstecken und warten bis die optische Anzeige vollmeldet. Kein Überschwappen, kein schweres Halten mehr. Das gibt es nur von Revatec. Nie mehr Schlauchkuddelmuddel gibt es mit Autoreal, dem unterirdisch im Tankschacht verstauten Schlauchträger. Einfach bis zu 20 Meter Schlauch aus dem Boden ziehen und los. Wenn Sie mit Bewässern fertig sind, zieht sich der Schlauch automatisch durch eine Federrückholung in sein unterirdisches Quartier zurück. Dort steht er griffbereit und vor allem sauber für den nächsten Einsatz bereit. Das ist Bewässerungskomfort auf höchstem Niveau. Natürlich von Revatec. Achten Sie bei der Anschaffung einer Regenwasseranlage für die Gartenbewässerung darauf, dass möglichst keine oberirdische Gartenpumpe zum Einsatz kommt, da diese immer wieder aufwendig von Hand mit Wasser befüllt werden muss. Meist reicht die Leistung dieser Pumpen auch nicht aus, um eine anständige Bewässerung durchzuführen. Bei Revatec gibt es ausschließlich hochwertige Tauchdruckpumpen mit intelligenter Ein-Ausschaltautomatik, die im Inneren Ihres Tanks leise, kraftvoll und langlebig ihren Dienst verrichten. Außerdem lässt sich jeder Revatec-Tank problemlos mit Erdaushub oder Kies verfüllen. Achten Sie auch hier beim Kauf einer Regenwasseranlage darauf, dass Sie keine speziellen und teuren Verfüllmaterialien verarbeiten müssen. Weitere Infos und Details zu unseren Innovationen und Produkten erhalten Sie im Fachhandel bei Revatec direkt oder im Kapitel Editionals.